Ich bin geil. Weil ich sowas ja nicht kann. Statt dass er wieder einfach machen lässt. Nein. Wollen wir uns mal um Sharky und sein komisches Kind kümmern? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich hoffe es ist kein menschliches Kind. Sharky kann ich mir echt nicht vorstellen mit einem Kind. Was steht? Ich glaube die Kochstrems belasten die Ehe unnötig. Lächeln der Smiley. Was steht? Nein. Das nicht. Das ist absoluter Alltag bei uns. Wirklich. Hami unterstrich Koffein. Ich glaube ich habe gerade aus Versehen fast einen Stream gestartet. Lächeln der Smiley. Mutter Erde ist großzügig. Was passiert, ne? Ist ja nicht schlimm. Ihr fragt ansonsten Bashti. Bashti kann dir das auch erklären. Hurgs Notiz an Blade. Hey kleiner Mann. Ich weiß du kannst nicht lesen oder überhaupt Wörter verstehen. Aber ich will, dass du weißt, dass dein Papa dich lieb hat. Oh mein Gott. Hurg hat sich vermehrt. Nicht bei dir zu sein ist das Schwierigste, was ich jemals machen musste. Aber ich muss diesen Leuten einfach helfen. Eines Tages wirst du verstehen, dass es drei Menschen, was Menschenschläge gibt. Die Schafe, die beschützt werden müssen. Solange du nicht nacky.de vor einer Webcam sitzt, ist alles gut. Der Wolf, der seine Beute anvisiert und der Schäferhund mit den überdurchschnittlich großen Eiern, naturgegebener Muskelbepacktheit und purer Alphazität aus dem Bilderbuch, der den Wolf umwirft. Er unterwirft, nicht umwirft. Das vielleicht auch. Wir sind eine Schäferhundfamilie. Wir beschützen die Schafe und zwingen die Wölfe zuzusehen, während wir mit den Schafen geschlechtsverkehren. Herzliches, Papa. Aha. Das ist so weird. Ich hör mich, ich hör mich ja ganz normal beim Reden. Ich hör mich da und ich hör mich im Wohnzimmer. Was das, der Schäferhund mit den Schafen geschlechtsverkehrt? Ja, das ist wirklich ein Klotz. Hey du, hier drüben. Charlemagne Victor Beauchamp ist mein Name, aber das ist viel zu lang. Also nenn mich einfach Sharky. Hi Sharky. Willkommen auf Schloss Beauchamp, der lauteste und stinkigste Ort in ganz Hope County. Und der einzige, an dem ein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Bro-Nest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin, Hörg. Aber wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der andere fällt nicht weit vom Stock. So hab ich das jetzt verstanden. Nein, sie sind ja eine Familie der Schäferhunde. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Aber, aber Hörg und ich haben uns hier verkrochen, solange der kleine zahnt. Es bricht mir das Herz, den armen kleinen Wein zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen-Flachwixer jeden Abend den Ort hier zurück zu erobern. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Was steht? Bin mega verwirrt, aber egal. Heißt schon ich auch. Wir haben die Fälle angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal fünf Minuten für mich haben. Ich leute dich von hier oben an. Du musst die Fallen scharf machen. Such nach den Dampfschlitzen im Boden. Ja, jetzt kann ich gerade nicht.